Das Wichtige ist einfach, dass mein Hackclient, der unter 30 Euro verfügbar ist, der Revenzeit Hackclient. Ihr könnt ihn runterladen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, dann kommt ihr automatisch zum Downloadlink. Das ist wirklich so. No Scam. Es ist wirklich, no Scam, Alter. No Scam, Alter. R-E-W-R-M-S-I-D-T Ja, heute was geht? Willkommen wieder in der Folge von Hackwass mit der weißen Liebensturm. Waffe, guten Tag. Alles, was ich bin, ist Jesu Ajector für eine neue Headstart. Alles klar. Leute, willkommen zu dem DeadAdamHack. Freddy hat bestimmt schon was Tolles ausgedacht. Hinter uns sitzt der liebe Rotpilz. Hi, ich stelle dein Video. Ja, der leider keinen Strom hat, weil er ein armer Penner ist. Der ist Revis Cutter. Der ist Revis Cutter jetzt, genau. Ich habe Rotpilz einfach eingestellt. Hashtag Revis Cutter. Als Hashtag Revis Kacker. Genau. Freunde, wir spielen wieder gemeinsam Hackwass. Und ich würde sagen, Freddy, wir hacken jetzt erstmal ganz, ganz unauffällig. Wo bist du denn, mein Freund? XXFirst. Ich habe so einen schönen gelben Telesubi-Skin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Mitte, Freddy. Und dann geben wir uns erstmal richtig schönes Equipment. Dann schauen wir mal, was wir hier anfangen, okay? Super, du bist begeistert. Ich höre das, Alter. Du bist voll hinter mir, Freddy. Du stehst da vollkommen hinter mir, Alter. Ich stehe hinter mir. Super, geil. Ich stehe immer hinter mir. Freddy, kommst du mit mir? Da hat jemand einfach, da hat jemand einfach, lol. Was? Da hat jemand einfach das Schwert weggelootet. Ja, bist du dumm, Alter? Freddy, hast du noch nicht so weit wie du hast gespielt. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, Freddy. Ich weiß nicht, wer du bist. Mann, du dummes Arschloch. Okay. Wo bist du denn? Bleib am Spawn. Ich bin am Spawn. Wo denn? Ich hüpfe hier am Spawn rum. Ja, komm mal zurück zum Spawn. Bist du das? Ja, hier. Gib dir mal Game-Ord. Jetzt hör auf, du Spast. Hör auf, Mann! Gib dir mal Game-Ord, Freddy. Wir müssen erstmal ganz legit spielen, okay? So. Ganz kurz. Freddy, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir, Mann? 100er Kombo! Wie bitte? 100er Kombo! Ja, kannst du den Titel schreiben bei dir, Alter. So, jetzt auf geht's. Komm, mach dir mal ein paar Equipment. Bist du eigentlich... Ach, Junge, Mann. Alles klar. Komm. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Krieg ihn aber. Krieg ihn aber. Das war ein Spasti, Alter. Bestimmt so ein... So, Valve Games-Kiddy hier. Was? So, Freddy, booste mich. Komm. Bin gleich tot. Ja, easy, Alter. Wie wir ihn gerackt haben. So ein Loser hier hast du. Knappes Ding. Hinter uns sind wieder acht. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, komm. Soll er weggehen. Die Drachen! Bin tot! Ach, was bist du für ein dümmiger Idiot, Mann! Ah, Drache-Fatze! Mann, Trap ist gescheiße! Der hat sich direkt ausgedacht. Das war ich. Du weißt, du weißt, was jetzt passiert, oder? Was? Der Gott-Helb? Die Götter! Die Götter! Die Götter sind zurück. Die Götter sind zurück. Die alle töten. Die Götter. Die Götter. Da steht trotzdem XX First. Oh. Ja, gut. Die Götter sind zurück. Die Götter! XX First ist ein Gott. X First, der Halbgott. Wer kennt die nicht, Alter? Ja, pass auf, wenn ich mich jetzt einfach wegnicke. Pass auf, ich nick mich jetzt einfach mal gar nicht und töte jetzt einfach Drache auf der Flucht. Oh, er ist Drache auf der Flucht. So, hier, von Armin Revinzeit gehört. Zack, weg. Never come back, Alter. Atmen! So, hier, komm, ich gewinne die Hunde, auch wenn ich schon tot bin, ist mir auch egal. Revinzeit.tv, so hat man Spaß. Ihr gebt Ingame Gas. Geil. Steil. Äh, sexy. Ja, gut, Freddy, so macht es auf jeden Fall Spaß den Leuten hier, oder? Ich finde das geil, also ich muss mal ehrlich sagen. Das ist halt auch einfach ein Spielprinzip, was einfach komplett revolutionär ist, ne? Ich will die ganze Zeit so nach dem Töten. Super, Tom Kraft, Glückwunsch an dich, du gewinnst heute 30 Millionen Premium, die sind genau in 20 Minuten um und ich würde sagen, Freddy, wir gehen erstmal direkt in die neue Lobby rein. Die Drachen kann man nicht töten. Die Drachen kann man nicht töten. Man kann sie einfach nicht töten, Freddy. Die Drachen sind untöttbar. Ich kann sie die Drachen töten. Komm, wir versuchen mal, die Drachen zu töten, okay? Ich will die ganze Zeit Drachen töten. Ja, dann muss das mal machen. Das ist super schockt. Komm, wir sind rein. Hier, los, Rainer. So, Freddy, dann und dann direkt unaufhängig. Mann, mach die scheiß Tür zu, Rotpilz, Fotze. Und dann unauffällig, Alter, Freddy, unauffällig, unauffällig, sage ich dazu nur. Super, Alter. Leute, wenn ihr euch mal einen Hecklein runterladen wollt, der kostet 30 Euro. Das war kein... Oh Gott, Alter. Ich brenne. Freddy, halt die Fresse. Super. So, Slash Game on 1, Freddy. Das ist ein Ziel. Wichtig ist, sei mal leise jetzt. Wichtig ist einfach, dass mein Hecklein, der unter 30 Euro verfügbar ist, der Revenzeit Hecklein. Ihr könnt ihn runterladen. Wenn ihr einen Daumen hoch gebt, dann kommt ihr automatisch zum Download-Link. Das ist wirklich so. No Scam. Es ist wirklich No Scam, Alter. No Scam, Alter. Hab ich auch gehört. Hier ist PitDizzle. PitDizzle 12. Ja, PitDizzle, Alter. Wir kennen den nicht alle. Nicht PitDizzle, sondern PitDizzle, ne? So, pass auf. Erstmal hier über PitDizzle wegfliegen. Pass mal auf, Freddy. PitDizzle am Start. So, das ist natürlich auch eine schöne, weitläufige Map hier. Das ist ja gut. So, pass mal auf. Dann TP. Ich gehe mal ganz kurz. TP. Sturm. Waffel. HD. Revenzeit. Guten Tag. So, hallo, Freddy. Hi. Ich würde sagen, wir... Genau, das ist genau das, was ich jetzt auch vorhatte. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Nee, gute Kiste gehabt, ne? Ja, mega gute Kiste. Ja, ja, die OP-Kiste, ne? OP-Kiste gefunden. Leute, OP-Kiste gefunden. OP-Kiste und Hack-Line-Download. Freddy, wir haben unser Titel. Wir können ja hier schon aufhören mit dem Video, oder? Okay, lass mal. Super. Okay, lass mal jetzt nicht aufhören, sondern einfach mal weitergehen. Pass auf. Lass aber jetzt die Leute, um sie zu verwirren, nur mit Steaks hauen, okay? Und lass vor allen Dingen hier noch was bauen. Komm, wir bauen hier noch ganz kurz ein Zeichen. Lass mal ein Haus daneben bauen einfach die ganze Zeit. Genau, pass mal auf. Hier vorne ist einer, Freddy. Pass auf, hier vorne ist einer. Was? Ich flieg ganz kurz zu ihm. Warum fliegst du? Das ist nicht unauffällig. Doch, doch. Er ist sowieso ein bisschen verwirrt. Oh Gott, Freddy, Freddy, er hat mich gleich, er hat mich gleich, Freddy, er hat mich gleich. Ist okay, ist okay, ich hab einen Bogen. Warte, hab ihn. Okay. Er ist ein bisschen dumm, er ist ein bisschen dumm, er ist ein bisschen sehr dumm. Kauf dir mal einen Hack-Line, Junge, dann kannst du mal. Hab ihn gleich. Das war easy. Freddy, hätte er mal einen Hack-Line gehabt, wäre das nicht passiert, ne? Ja, Revenza-Hack-Line. Join & Kauf Now, Alter. Join & Kauf Now. Genau, das ist ein neues Login, Alter. Den Revenza.tv-Server, Leute. So unterstützt man den Server. Arme Nack-Käuern. 30.000 Daumen hoch, ich verkaufe Rotwilz-Mutter. So, Freddy, pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wie sieht die aus? Äh, hübsch. Gekauft? Hübsch. So, pass mal auf, komm mal her, Freddy, wir bauen uns jetzt hier oben erst mal so ein kleines Liebesnest. Komm mal bitte zu mir, okay? Wo bist du genau? Ja, im Liebesnest-Born. Da oben, ah, da, okay. Na so. Ein kleines Liebesnest-Born. Ne, lass uns doch mal hier, komm, wir müssen mal ein bisschen... Ah, komm mal, hier ist doch schon ein Liebesnest. Der Blizzard erscheint. Overwatch kommt, Freddy. Overwatch. Freddy. Freddy, Freddy, Overwatch, komm, ich hab's nur in der Beta gespielt. In der Beta hab ich gespielt, in der Beta. Freddy, so geht kein Liebesnest, das ist kein Lieber, Alter. Das ist ein Liebesnest. Deine Mutter ist ein Liebesnest. Hör auf, hallo, ist Reitstoff. Meine Mutter ist kein Nest. Ne, deine Mutter hat, äh, ja, einen tollen Sohn geboren, super. Freddy, warum machst du das, bist du eigentlich komplett... Hallo, es muss jetzt so gefährden. Mann, du bist mit... Ach, dann, der Incom, bist du... Hälst du... Rewi, nichts passiert. Rewi? 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 Rewi, was ist los bei dir? Rewi, nicht, nicht, aus... Rewi, Rewi. Rewi! Rewi, kurz stehen, bleib, 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 warte, Leute, stopp, Admin hat, Disconnect. Rewi? Rewi? Bist du ein Zug? Rewi? Oh, ein Beacon. Ja, tut mir leid, manchmal hab ich das, Freddy, ist mein neues Projekt, Tourette-Kraft. Tekken-Genau! Ja, tut mir leid, das ist... Tekken-Nau? Tekken-Nau, genau, Alter. Lass mal was kaputt machen, ich will eigentlich am liebsten jetzt Worldedit hier, aber hab ich leider nicht. Haben wir das nicht? Ne, scheiß Server, scheiß Server halt, ne, scheiß Admins, ja. Auf sturmwaffel.tv. Ja, ja, der sturmwaffel.tv-Server, wirklich nicht niemand, weil er scheiße ist. So, Freddy, pass mal auf, wir müssen jetzt erstmal hingehen und hier auf jeden Fall direkt erstmal ein bisschen Lava hier auf das Gebäude setzen, denn ich finde auch einfach, das macht das Ganze irgendwie viel ästhetischer als vorher, weißt du? Ästhetischer. Leute, nochmal, wie gesagt, hier der Aufruf, mein Hack-Client, ja. Für 30 Euro könnt ihr euch den kaufen, wenn ihr halt Likes gebt. Ihr müsst halt auch wirklich liken, ne, das ist dann... Wie Jan. Genau. Dann könnt ihr hier Admin auf dem Server kaufen, weil den Server wollen wir dann sowieso bald zumachen, dann haben alle Admin. Und das ist so ein Social Experiment. Wir haben das mit März Vater aufgesetzt und wir arbeiten. Und der Vater hat gesagt, er findet es eigentlich nicht schlimm, wenn der Server verkauft wird, aber soll sein Sohn halt nicht verkaufen. In seiner Familie wird keiner verkauft, hat er gesagt, genau. Genau, wobei das auch nicht stimmt, weil er ja merkt, nachdem er ihn zusammengeschlagen hat, auf die Straße gesetzt hat. Aber gut, anderes Thema, Freunde, ich will jetzt hier auch nicht rumheben oder so, ne. So, auf jeden Fall, wie gesagt, also der Hack-Client, Revinza.tv, ist auf jeden Fall jetzt verfügbar. Könnt ihr euch, übrigens gesagt, mit einem Like und 300.000 Euro, ich hab Preiskur gewählt. Wegen Nachfrage, wer ist Jan? Like. Freddy, Mann, das war doch so eine Scheiß... Das war so eine Scheiß-Pannen, Alter. Ohne Witz. Nee, du lachst auch noch da drüber, ne? Du bist echt der traurigste Mike-Client-Let's-Player der ganzen Welt, Alter. Saddest Boy on YouTube tries to rape me, Alter, ohne Witz. Cringiest Bastard ever alive. Ever alive, genau, Alter. Du, nein. Was geht denn ab mit den Squids hier, Alter? Was für Squids? Wer ist Squids? Squirten. Squirten. Was ist das denn? Freddy, lassen Sie Squid-Kanone bauen. Hä, wie hast du die so hochgeschossen? Was? Die Squids. Hä? Hier sind so voll viele gerade Squids hochgeschossen. Wo? Nee, nicht da, jetzt da unten der. Ach so, das war so eine Squid-Kanone. Eine Squid-Kanone, eine Squid-Kanone, eine Squid-Kanone. So, pass mal auf. Wir gehen mal ganz kurz hin und racken ihn mal kurz hier, weil er rechnet nicht damit. Wie gesagt, dieser Hack-Client gibt euch halt Zugriff auf sämtliche Befehle, die er braucht. So, schaut mal hier. Der hat auch da einfach großartig keine Chance mehr, ne? Wie gesagt, das Diamid. Das Diamid, Alter. Der kennt's nicht, den Werkstatt Diamid. Der ist, äh, genauso wie Dynamid, nur schöner. Ja, Freddy, sollen wir das jetzt hier noch zu einem, ähm, du hast Schaden durchs Öffnen an der Voodoo-Kiste von Camper bekommen. Camper, das find ich nicht gut. Jetzt geh ich zu dir hin und töte dich, mein Freund. So, find ich auch okay. Das hast du jetzt davon, du Wichser, wenn du mir nämlich hier Voodoo-Kiste... So, genau, Freddy, pass auf. Dann fangen wir jetzt einfach mal an und holen uns mal wieder hier ein paar Punkte. Ich muss ja irgendwie mal gucken, dass ich hier irgendwie jetzt mal hingehe und tatsächlich mal meine KD ein bisschen aufbessern. So, Ender-Girl, was ist mit dir, was ist mit dir? Komm mal hier, Mädchen. Auf Wiedersehen. Mach's gut, tschüss. Ey, Süße, bleib stehen. Süße, Mädchen, was ist mit dir? Ja, geht doch, Alter. Ich wollte gerade schon sagen, war ja schon richtig dreist, ey. Oh, hier wird gerade so eine Kuh hochteleportiert. Da sage ich einfach mal, die lassen wir mal frei, so. Die Aliens können nämlich jetzt mal gar nichts. Ach, hier wohnt ja gar keiner im Raumschiff. Ist ja interessant, mal so einen kleinen Blick hinter die Map zu werfen. Was wird hier angepflanzt? Marihuana, also. Aha, okay. Ja gut, okay. Ist ja schön zu wissen auf jeden Fall. Freddy, deine Eltern, sind die stolz auf dich? Nee, ne? Alles klar. Gut, dann gehen wir mal zum Leopold und fragen mal ihn mal. Leopold. Leopold. Leopold, was mit deinen Eltern? Leopold, sind deine Eltern stolz? Leopold. Auf Revi. Sag mir, sind deine Eltern stolz? Leopold. Leopold, sag mir, sag mir. Leopold. Revi, so hat Revi geschrieben. Das war das Code, der hat mich getriggert. Jetzt hast du das davon. Wer Revi schreibt, der stirbt. Hi, YouTube, alles klar. Ambo, so, jetzt bist du auch down. Das hast du jetzt davon. Müsst ihr jetzt merken, Alter. Wer mich jetzt in der Runde erkennt, wird direkt getötet, Freunde. Also, immer schön in die Fresse halten, ne? Ihr kennt die neuen Regeln. Okay, Freddy. Wird sagen, Watchtime geht ja auch kaputt, wenn wir jetzt langsam aufhören. Deshalb bring ich mich jetzt einfach selber um, okay? Super. Nee, wir müssen ja ehrlich sein mit den Leuten. Die gucken ja nur 10 Minuten, ne? Super. Wir sind halt tot, alles klar. Geile Folge, Leute. Kauf von Hack Clients. Lasst einen Daumen hoch da und schaut bei Ruppels und bei Sturmwaffel und auch bei Ruppels vorbei. Und bei Mr. More Game und bei Easy 2. Tschüss. 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 Tschüss.